Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier sind wir wieder bei Goodie Games News & More mit einem weiteren Geil zu Red Jet & Clank. Und zwar geht es hier um den Kervan Gladiator, die Trophäe. Und zwar an diesen Fitness-Parcours kommt ihr sowieso ganz automatisch, von der Story werdet ihr da hingeführt. Den Erfolg gibt es halt dafür, wenn ihr das Ganze schafft, in unter 70 Sekunden. Ich habe hier extra einen Timer eingeblendet, der schon mal oben durchläuft. Jetzt werdet ihr gleich sehen, ich falle hier einmal runter. Einmal ist okay. Einmal kann man sich wirklich erlauben, kommt darauf an natürlich, wie der Rest des Levels läuft. Weil es ist schon sehr, sehr eng, es sollte schon eigentlich alles passen. Ich habe jetzt hier zum Schluss ein bisschen Glück, weil man muss immer wieder zwischendurch auf ein paar Plattformen warten, dass die hier rausfahren oder reinfahren, je nachdem, eigentlich immer rausfahren. Wie man hier sieht, das Ding ist schon draußen, deswegen kann ich gleich in eins durchhüpfen. Hier, die fahren gerade rein, da habe ich aber noch Glück, dass ich es genau schaffe. Das ist einfach wichtig, weil ich halt einmal runtergefallen bin, dass ich da keine Pause habe. Und wenn ihr hier anfangt zu springen, springt immer zuerst gegen die rechte Seite gegen. Das hilft euch einfach dabei, oben an der richtigen Stelle anzukommen, wo ihr auch hin seid, rechts gegen nach oben. Na, es wird langsam schon eng, jetzt schweben wir hier noch einmal herunter. Na, 55 Sekunden haben wir bereits im Sack, also ein bisschen was haben wir noch auf der Uhr. Über 70 ist das hier, das ihr erreichen solltet. Aber ich denke, nach 3, 4 Versuchen habt ihr das auch auf alle Fälle drin. Hier 63, 65 hier, genau, 65 Sekunden haben wir gebraucht. Also hatten sogar noch 5 Sekunden Luft nach oben. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Wenn dem so war, lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Teilt das Video, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.